Hä? Findet ihr ein Schmink-Tutorial-Crossover für einen Gaming-Kanal unpassend? Ich auch. Wie auch manche andere dämliche Crossover in Videospielen. Manche passen gut, wie Sea of Thieves und Monkey Island. Aber das ist nicht immer so. Was es für wilde Auswüchse gibt, schauen wir uns heute mal an. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines. Hier könnt ihr mit wenigen Klicks euren Wunsch-PC zusammenstellen. Ihr kauft völlig ohne Risiko, denn alle PCs kommen mit einer 30-Tage-Rückgabemöglichkeit. Schaut vorbei auf GameMachines.de Epic. Kein Spiel hatte bisher auch nur annähernd so viele Kooperationen mit großen Marken wie Fortnite. Über 200 gab es bereits. Hier taucht nahezu alles auf, was unsere Popkultur so hergibt. Es ging los mit Filmen wie Marvel's Avengers Infinity War und Endgame, John Wick 3 Parabellum, natürlich Star Wars, Alien, die Serie Stranger Things, andere Spiele wie unter anderem Borderlands 3, Rocket League, Street Fighter, Tomb Raider und Resident Evil. Auch große Marken wie Nike oder sogar Ferrari haben bereits in Fortnite für sich geworben. So richtig stören tut das alles jedoch niemanden. Es ist eben ein bunter Comic-Shooter in dem alles möglich zu sein scheint. Hier gibt es kein konkretes Thema. Das Spiel versucht sich immer wieder neu zu erfinden und setzt sehr auf Crossover und Kooperationen um uns ungewöhnliche Situationen zu liefern. Wie virtuelle Konzerte oder ein eigenes Lego-Spiel in Fortnite. Hier passt wohl alles irgendwie. Und es ist sicherlich lukrativ für Epic Games und die Markenrechtsinhaber. Disney findet das Ganze so gut, dass sie mit 1,5 Milliarden Dollar in Epic investieren, um sich die Unterstützung des Spieleherstellers für zukünftige gemeinsame Projekte zu sichern. Dieser große Erfolg inspiriert natürlich auch andere. Crossover King Ubisoft Bei Ubisoft liebt man es, wenn ein Spiel auf ein anderes hinweist. Sie lieben es so sehr, dass sie mit X-Defiant einen Free2Play-Shooter rausbringen, der alle möglichen Ubisoft-Franchises in einem Spiel vereint. Nämlich die Libertad aus Far Cry, die Phantoms aus Ghost Recon, Dedsec aus Watch Dogs, die Cleaners aus The Division und Echelon aus Splinter Cell. Übrigens eine Spielereihe, deren letzter Hauptteil Blacklist vor über 10 Jahren erschien. Viele kennen diese Reihe vermutlich nur noch aus bisherigen anderen Crossover-Auftritten wie aus Ghost Recon Wildlands. Hier passt das ja auch alles wunderbar. Da gibt's wenig zu meckern. Etwas anders sieht das bei Assassin's Creed aus. Bei Assassin's Creed Valhalla geht's zum Beispiel um eine Wikinger Welt in Norwegen und England. Wie passt dazu eine Kooperation mit dem Sci-Fi-Shooter Destiny 2 und entsprechenden Rüstungssets? Oder Monster Hunter World? Was hat das mit dem Spiel zu tun? Was ja nebenbei gesagt auch noch ein Singleplayer-Titel ist, bei dem niemand jemals sehen wird, was ihr für bescheuerte virtuelle Klamotten anzieht. Ganz klassische Assassin's Creed Klamotten gibt's jedoch auch. In Far Cry 6. Wo denn sonst? Der Widerstand hat offenbar einiges an Unterstützung. Neben brennenden Pferden gibt's unter anderem Crossover-Skins von Rambo, Splinter Cell, Haus des Geldes und Breaking Bad Skins, dazwischen irgendwelche mittelalterlichen Krieger, Clowns und andere wilde Sachen. Und natürlich wird auch Rainbow Six Siege Promoted, was wiederum seine ganz eigenen merkwürdigen Crossover bietet. Wo Far Cry bereits sowieso etwas freaky und abgedreht ist, haben wir bei Rainbow Six Siege eigentlich ein ernstes Taktik-Spiel rund um Bomben und Geiseln. Dass 2018 zwei Charaktere aus Ghost Recon dazugestoßen sind, hat sicherlich niemanden gestört. Etwas strange wurde es dann 2021 mit Resident Evil, wo es entsprechende Outfits von Jill Valentine und Leon Kennedy gab. Dass Ubisoft aus Rainbow Six am liebsten einen Fortnite machen würde, sah man dann an dem Rick and Morty Battle Bundle. Klar, es sind nur Masken, aber es ist in so einem Spiel einfach super albern und stört sicherlich bei vielen die Immersion. Weiter ging es mit einer Yakuza und dann einer Nier-Replicant-Kooperation, was ja auch nicht so super nahe liegt. Noch absurder wurde es dann aber mit einem Halo Skin und Cosmetics. Wer denkt dabei an Rainbow Six und was hat Microsoft dafür bezahlt, um einen anderen Online-Shooter in Rainbow Six zu bewerben? Aber da hört's nicht auf. Es gab zum Beispiel auch eine Captain Laserhawk und Dead by Daylight Kooperation. Unter dem Trailer kommentierte jemand so schön, ah mein Lieblings-Horror-Franchise, Rainbow Six. Und natürlich darf auch alter ihr mit Sturmgewehr nicht fehlen. Mann, Mann, Mann. Promomaschine Capcom Auch Capcom mag natürlich Cross Promotion. So gab es zum Beispiel eine Monster Hunter World Iceborne X Horizon Zero Dawn Kooperation, bei der ihr Aloy mit Armorset und passenden Waffen in Monster Hunter spielen konntet. Passt ja schon ganz gut. Und auch der Monster Hunter Geralt von Riva aus The Witcher hat sich mal in die Welt von Monster Hunter verirrt, was ja durchaus mal passieren kann. Wäre halt nur etwas merkwürdig, wenn hier plötzlich Megaman rumlaufen würde, oder? Das hat sich Capcom dann doch für Exo Primal aufgespart. Der Shooter, in dem man im Team gegen andere Teams und unzählige Dinosaurier antritt, bringt mit seiner Season 4 tatsächlich Megaman. Ganz klassisch mit seinem blauen Pyjama zusammen mit anderen Comic-haften Skins, die wirklich so gar nicht zum restlichen Look des Spiels passen. Zuvor hatte man schon Kooperationen mit anderen hauseigenen Marken wie Street Fighter und eben Monster Hunter, was wohl am ehesten gepasst hat. Das wäre wohl ebenfalls die wahrscheinlichste Kooperation für Dragon's Dogma 2. Mit ein bisschen Glück kommen uns aber vielleicht auch schon Lee und Megaman besuchen. Zurückhaltung bei EA? Ich dachte, ich würde wahrscheinlich auch ein ausführliches Kapitel über EA machen, aber irgendwie hat EA kaum Spiele im Portfolio, wo sich eine Kooperation anbieten würde. Cal Castis in Dead Space? Oder Darth Vader in Need for Speed? Ob Disney das gut finden würde? Der Free2Play-Shooter Apex Legends bietet sich hier natürlich an. Tatsächlich gab es hier aber noch gar nicht so viel. Zumindest nicht im großen Stil. Aber man bewirbt offenbar Square Enix Spiele. Erwähnenswert ist das Final Fantasy 7 Rebirth Crossover Event, das es kürzlich gab. Vielleicht ist das ja erst der Anfang. Battlefield 2042 hatte vermutlich nie den erhofften Erfolg, so dass sich Markendeals hier kaum gelohnt hätten. Abgesehen davon haben sich die Spieler bereits über das unpassende Santa-Outfit und Fahrzeugskins für die Weihnachtszeit aufgeregt. Man findet in dem Spiel aktuell tatsächlich nur wenig abgefahrenes Zeug und ziemlich viel, was einfach gut zu Battlefield und dem Szenario passt. Wer hätte so eine Zurückhaltung von EA erwartet? Cashmaker Activision Blizzard Und da sind wir auch schon bei Microsofts neuster und größter Gaming-Aquisition. Activision Blizzard gehört zu den Unternehmen, die es perfektioniert haben, Spielern Geld aus der Tasche zu ziehen. Natürlich nicht nur mit Lootboxen, sondern auch mit allen möglichen kosmetischen Gegenständen. Der größte Moneymaker Call of Duty fiebert in letzter Zeit immer mehr Fortnite nach. Es gab da schon immer irgendwelche Kooperationen, aber es wird immer mehr und immer verrückter. Eine Zäsur dürfte die quietschpinke Integration von Nicki Minaj in Modern Warfare 2 und Warzone gewesen sein. Inklusive passender Voice Lines Klar gibt es Leute, die alles kaufen. Aber die meisten sind sicher der Meinung, dass das nicht viel in einem Militär-Shooter zu suchen hat. Ich denke, hier haben viele gemerkt, dass alles etwas aus dem Ruder läuft. Allerdings gab es schon vorher grenzwertige Kooperationen, wie die mit der Amazon-Serie The Boys inklusive Homelander und Black Noir, den ich auch schon in meinem Team finden konnte. Es gab auch vorher schon zum Beispiel Judged Red und Crossover-Events mit Film-Franchises wie Godzilla, King Kong, Terminator und Teenage Mutant Ninja Turtles. Wir hatten zuletzt auch bereits Inarius und Lilith aus Diablo als Call of Duty Operator. Vielleicht gibt es im Gegenzug bald Captain Price Skins in Diablo 4. An Lächerlichkeit eigentlich kaum noch zu überbieten. Wobei, wie wäre es mit Skeletor aus Masters of the Universe auf einem Quad? Ansonsten gab es aber auch noch Ash Williams aus Evil Dead und mehrere Charaktere aus Dune und The Walking Dead. Herzlichen Glückwunsch! Call of Duty ist nun eine genauso bunte Werbeplattform wie Fortnite. Aber es gibt ja noch einen Shooter. Auch wenn sich kaum noch einer für Overwatch 2 interessiert, so kann man das hier sicherlich ebenfalls versuchen. Bisher gab es allerdings nur One Punch Man Cosmetics vor etwa einem Jahr und eine Cowboy Bebop Kooperation. Das Spiel ist ja sehr bunt und Comichaft. Keine Ahnung, ob das jemanden stört. Leute regen sich aber auf jeden Fall über die Preise auf. So konnte man für die Bebop Skins mal eben 50 Euro auf den Tisch legen. So viel, wie ich damals für das Spiel bezahlt habe. Was haltet ihr von den ganzen Kooperationen und wilden Skins in Videospielen? Verdirbt euch das die Atmosphäre und letztlich den Spielspaß oder kann es euch gar nicht verrückt genug sein? Wenn dir das Video gefallen hat, schau dir doch einfach noch eins der jetzt verlinkten Videos an. Bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!